Hoi miteinander, ihr habt sich auch schon gedacht, die Andrea bezeichnet alle Produkte als mega und super und empfehlenswert. Ist wirklich so, weil ich stelle euch natürlich nur meine Lieblingsprodukte vor und alles, was ich bei mir im Studio habe und auch im Shop verkaufe, die habe ich zuerst getestet und bei mir kommt wirklich nur das in den Shop oder ins Studio, wo ich 100% oder noch mehr einfach überzeugend finde. Und darum stelle ich euch jetzt auch wieder einen Liebling von mir vor und das ist der Diamond Exfoliating Cleanser von der Organic Pharmacy. Auch wieder ein Megaprodukt, weil es ist Tiefvereinigung und Peeling in einem. Es hat Kokosnuss und Sheabutter drin, es hat Persische Rose drin, der revitalisierend ist für die Haut und auch für jüngernd wirkt. Es hat auch Diamantsstaub drin, der glättend wirkt auf die Haut. Und es ist wirklich so ein genialer Cleanser. Ich zeige euch einmal, wenn ihr den rausnehmt, dann hat er eigentlich eher eine Creme-Konsistenz. Wenn ihr jetzt den anfangen zu aufreiben, also zum Beispiel im Gesicht, dann wird er schelig und sehr, sehr angenehm auf der Haut. Er reinigt euch wirklich alles, es hat noch fermentierte Enzyme drin, darum heisst es Exfoliating, weil es tut euch jedes Mal, wenn ihr euch reinigt, ganz sanfte Hautpeilen. Und dadurch habt ihr natürlich auch einen schönen glatten Tint. Ich finde es ein so geniales Produkt und ich liebe diesen Reiniger. Probiert es mal selber aus. Ja, es ist einfach gut. Also, love it. Ciao zusammen.